Jamiat, knappe Niederlage gegen Wolfsburg. Woran lag es denn heute? Ich glaube, wir haben nicht verdient, zu verlieren heute. Aber so ist es im Fußball. Ich glaube, wir haben nicht schlecht gespielt und wir müssen unsere Chance nutzen. Wenn wir ein Tor am 0-0 machen, dann ist es ein ganz anderes Spiel. Heute war es auch schwer. Wir machen 0-1 von einem Kontra und wir haben versucht, Tore zu machen. Wir haben immer nach vorne gespielt, aber der Ball wollte nicht ins Tor. So ist es manchmal. Wir müssen weiter hart arbeiten und das Ergebnis kommt.